na dann auf ok was soll das sein ok und wie schießt man hier anleitung toll also ok ist ja grausam na ja gut ok so geht das da komme ich nicht raus hier komme ich raus und ich sehe nichts müssen wir wahrscheinlich auch hier wieder irgendjede menge Zeug dazu na ja gut weil wir ja auch leben da muss man halt auch viel noch extra kaufen Gott im Himmel sieht das furchtbar aus grausam 2017 ok ok mh Hm. Hm, hm, hm. Oh, gut. Ist ja scheißegal. Nie, ah. Entschuldigung. So, wen erschieße ich jetzt? Okay. Hm, na, wer will. Was steht da? Verräter. Bin ich das? Wer weiß. Kriegt man sowieso Kopfschmerzen bei der Map. Aber ich habe jetzt keinen Bock, mir nochmal extra zurückzuholen. Das ist Witz. Das ist nicht wert. Na, hier komme ich nicht weiter. Gott ist das grausam jetzt nicht weiter geht es auch nicht weiter ich darf doch mal lachen gefällt dir unser Job unser Server kriegt mir ja Kopfschmerzen bei dem Mist hier wenn ich hier lang gehe weiß ich auch nicht was da passiert ach halt doch die klappe naja wir treiben sich halt nur geistig was geht jetzt einfach so weiter oder wie jetzt einfach mal so killen ok wer läuft mir jetzt vor die flinte kommt ja auch nirgendwo raus ach halt die schnauze es nervt irgendwie vermiss ich okay hmm hmm ich glaube ich bin zu intelligent für den mist so 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 Bumm ja es gibt voll geile neue teewaffen willst du damit sagen dass du tee bist nein ok ok gut bis zum nächsten mal tschüss